Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir starten heute um 16 Uhr den Star Wars Battlefront Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Die Maske habe ich dann nicht mehr auf, weil ich kann hier drunter kaum atmen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Vielleicht knacken wir ja heute die 75 Follower. 58 sind wir, glaube ich, aktuell. Also, ist ein steiniger Weg. Aber schaffen wir, denke ich, heute. 17 Follower sind das, glaube ich, noch, die wir empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. 16 Uhr einschalten. Ihr könnt auch mitspielen, wenn ihr das Spiel selber habt. Ich sage bis gleich. Ciao!